alles meine lieben leute und herzlich willkommen zu einem kleinen schnellen kurzen intelligenten scheiß nein spaß informations video und zwar habe ich ein bisschen bedürfnis gerade euch ein bisschen zu informieren über etwas neues schon eine kleine spontane aktion und etwas von gestern und zwar geht es wie man es unten hier lesen kann ist es zwar noch das tablet von gestern aber zum live streamer passt es komplett und zwar war ja diese geschichte mit youtube auf meinem eigentlichen kanal gameplay store das momentan bei mir dieses wie soll ich sagen dass ich auf youtube nicht mehr streamen kann erst mal ja und dadurch konnten halt viele viele leute nicht mehr auf meinem auf meinen streams mehr gehen weil bei ihnen kein twitch ging und dann habe ich auf hitbox versucht aber ja wer hat denn schon hitbox heutzutage keiner auf jeden fall war sehr schwer am anfang habe ich gedacht oh cool da kommen doch paar leuten aber ich habe einfach die letzten streams einfach gemerkt das kommt einfach nichts auf box also hitbox ist für mich jetzt erstmal nach hinten gelegt und zwar habe ich mir überlegt lohnt es sich und zwar hatte ich noch ein unterkonto also unterkanal den ich nie irgendwie so richtig benutzt habe ja den habe ich jetzt einfach ausgeweitet habe euch in twitter kurz mal gefragt auf jeden fall in der gruppe in der community gruppe ob ihr bock habt wenn ich einfach ein zweitkanal starte vielleicht wird es auch eher der kanal sein wo ich dann öfters stream oder 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 wir werden mal schauen wenn ich auf 2 kann ich weiß nicht kann man auf zwei sachen mit youtube stream ich weiß es nicht ich weiß nicht mal munkel war munkel habe ich gehört auf jeden fall zeige ich es euch am besten und zwar ein moment du jetzt muss ich die camera ein bisschen verändern so wenn es aufnahme und zwar ne das ist erstmal falsche hier und zwar seht ihr es jetzt hier ich hoffe man sieht gut ich muss jetzt vergrößern ja wie gesagt das ist kein video das ich jetzt vor geplant hat oder so welchen größe strecken und zwar seht ihr jetzt gameplay gameplay store live store live gameplay und zwar wird es jetzt erstmal der kanal sein wo ich immer wieder auf youtube stream werde zum beispiel heute abend um 19 uhr wird es einen stream geben auf diesen kanal damit ihr seht wie ich gesagt habe hier das ist das unterkonto kann könnt ihr einrichten und zwar können ihr es einfach ganz klick so und jetzt bin ich auf meinen eigentlichen kanal gameplay store und hier seht ihr meinen eigentlichen kanal und das hier ist der store live gameplay kanal und zwar habe ich da momentan eingerichtet dass ich das stream kann also ich hoffe dass es heute abend alles klappen wird werden wir sehen ich auch zumindestens mal und darüber wollte ich euch einfach informieren für die wo jetzt zum beispiel krimpasta oder so hoffentlich freut ihr euch darauf und seht dieses video und natürlich auch die leute die jetzt neu auf dem kanal gelandet sind zufällig auf diesem video landen dass ich jetzt ab sofort stream werde ich werde dieses video auf store live gameplay hochladen und einmal auf gameplay store hochladen damit es auch jeder mitbekommt auf dieser welt und ja wie gesagt ich hoffe dass ein paar leute auf youtube kommen wir hatten heute abend um 19 uhr kündigt jetzt gerade mal an kommt trinko x2 mit meinem guten freund drachen blut wieder und natürlich könnt ihr mir auch auf twitter folgen wie immer und zwar habe ich da auch eine kleine erneuerung gemacht ich hab's kurz mal in twitter erwähnt und zwar habe ich den donation button jetzt eingerichtet und zwar wollte ich euch wissen zu erzählen was ich mit dem donation button vorhaben und zwar hier könnt ihr spenden einfach hier steht hier könnt ihr spenden smiley na auf jeden fall könnt ihr wie gesagt wenn ihr darauf bock habt ihr spenden was ich mit dem geld vorhaben natürlich ist es es wird der community zugutekommen in erstens ich werde spiele davon holen es kommt natürlich darauf an wie viel ich gespendet bekommen ihr könnt jetzt sagt mir dass ich es nicht lüge gewinnspiele natürlich werde ich damit holen und natürlich werde ich auch ja dafür gibt es eine menge erstmal ich glaube jetzt auch erstmal dass ich nicht viel bekommen werde darauf wie gesagt ist alles eine freiwillige sachen von euch wenn ihr mich so ein bisschen unterstützen wollt wenn ich euer lieblings dreamer bin und und dann will ich das so ein bisschen privat weil wie es ja gehört bin ich ja momentan in der ausbildung bin momentan zu einem wohnheim internat habe so hier mein zimmer und muss auch langsam mal gucken wegen wohnung nächstes jahr und so weiter weil ich dann auch nächstes jahr übernächstes jahr anfang übernächstes jahr fertig bin mit der ausbildung und ja wer es weiß wohnung ist nicht billig und deswegen würde ich auch das geld zum 50 50 dafür verwenden auf jeden fall wollte ich euch sagen ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir darüber spendet hier seht ihr über paypal ich weiß dass es noch andere möglichkeiten gibt zu spenden aber ich denke mal paypal ist erstmal in ordnung weil wie soll ich sagen ich möchte schon dass mir leuten nur spenden die über 18 sind oder 18 sind weil einfach aus dem grund ich finde wenn man noch keine 18 ist dann sollte man sein geld sich selbst ansparen leute ich weiß ihr würdet mich gerne unterstützen und so aber spart euer geld lieber für was anderes auf jeden fall ist es mir wirklich so wichtig es werden auf jeden fall mal noch andere donations dinge kommen vielleicht könnt ihr mir auch tipps in den kommentaren geben wie das funktioniert oder was für möglichkeiten es noch gibt es gibt ja noch paysafe wie ich weiß und ja auf jeden fall ich hoffe dieses kleine informations video hat euch geholfen wie gesagt folgt mir wenn ihr es noch nicht tat tut auf twitch auf gameplay store 21 oder auf store live gameplay oder die dritte variante auf mein hauptkanal game play store meine lieben freunde wenn ihr mir auf alle drei sachen folgt würde ich es am geilsten finden aber naja meine freunde ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag ich hoffe ihr seid heute abend dabei ich bin euer storm haut rein und tschüss und dann zum nächsten mal